So, jetzt auf jeden Fall ist mein Lehrer immer noch nicht da, ich gehe jetzt schnell von unten was hochholen und dann, ah ne, der ist es ja nicht, dann schaue ich mal, ob er vielleicht zufälligerweise unten an der Pforte stehen würde, aber er meldet sich nicht, bis jetzt hat er sich nicht gemeldet, er hat zwar meine Nummer, ihr fragt euch sicherlich warum, hat mein Lehrer meine Nummer, das liegt da und das ist ihm einfach geüben muss, so wie so. Servus, Berg, hi. Servus, wir brauchen Sie dir schon mal. Dir auch. Ja, wahrscheinlich sehen wir uns später noch. Mein Kollege, ja, also mein Lehrer hätte meine Nummer, falls nötig, ich habe es eben ja damals gegeben, weil aus Sicherheitsgründen, man weiß ja nie, man muss jetzt auch, falls man zum Beispiel irgendwas nicht verstanden hat, bei den Hausaufgaben oder so, kann man irgendwie mal noch nachfragen. Ja, ich muss jetzt schnell was holen, wir sehen uns später wieder, mein Lehrer steht nicht hier auf jeden Fall. Und ja, schauen wir mal ein bisschen weiter geht, ich hoffe, der kommt noch vor Schluss. Ja.